So, und herzlich willkommen. Ist das der Most, der da rumliegt? Naja, jetzt habe ich gemeint, der Most wäre nur noch 55% Most. Muss ich den Most haben? Der Most ist mir zu teuer zum Kaufen. Unterwegs muss ich den Most finden. Oh, jetzt fahre ich auch die Bikes rein. Gar nicht gut, ich werde eine hässige, solche machen. Wir werden diese suchen. Wir haben letztes Mal den Auftrag bekommen. Von Tacker, oder wie heisst sie? Wir sind jetzt ja so eine Art Hopfgeldjäger geworden. Dort bei Campieren. Komm noch mal, komm noch mal, komm noch mal. Komm noch mal, komm noch mal! Ist das nicht so eine gute Idee? Ach mal, es ging doch mal. Alles verwenden. Das war die Heilandtonne, der mich jetzt angegriffen hat. Die kommen auch immer zu dritt. Das ist ein Rudel. Das haben wir ausgeräumt. Das wollen wir auch noch in den Metzgen. Jetzt gibt es eine Animation. Heilen wir uns auch noch heute. Wir wollen weiter. Mal schauen, was das ist. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Irgendwo. Das ist ein Staub. Das ist ein Sniper. 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 Es wird uns nach oben. Ja, ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingereichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also, äh, ich brauche mehr. Los, was weisst du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiss Kobold. Bring mir seinen Montierhebel, Deacons, Herr John. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Los, in Deckung! Fast leer. Fast leer, ja, ich weiss, ich habe es gerade gesehen, dass ich fast leer bin. So, keine Munition mehr, dann haben wir halt die hier vorne. Nachlad, nachlad! Jetzt habe ich dich. Mach ihn, mach dich! Erst nur ein Drip! Jetzt habe ich dich! Der Kieb hat ausgeweilt. Hast du gesehen? Ausgewickelt. Oh, 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 oh Das habe ich auch hier. Das hat jetzt ziemlich richtig Rumoren. Jetzt hatte ich schöne Schweine. Jetzt hatte ich Schweine. Jetzt hat es mir fast veräumt. Jetzt wird Schrott bei mir plötzlich Mangel wahr. Weisst du, ich nehme den Hammer. Dann gehe ich mit dem Hammer zu dem U-Kön. Da habe ich vorhin gesehen, da unten zu säkeln. Diese Päcke ist immer gut. So ein Teufel steckst du. Sie sind gegenüber einer Angststange. Sie hat mich nicht gesehen. Hey, die Bänke und der Raum sind gleich hier. So. Aber da gibt es vielleicht viel Zeug, wo ich hier holen kann. Schau, davor ist er. Ich schließe mich an. Der war hier um die Ecke. Hier war er voll da. Ah, da bin ich... Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Das Montierhebel habe ich. Was hatte er sonst noch dahin? Was hatte er sonst noch? Wann ist er noch gekommen? Wann ist er noch gekommen? Jetzt gehe ich hier rüber. Wenn die nicht hochkommen, nehme ich den Sniper. Jetzt schaue ich heute, ob ich diese kann. Scheisse, den Sniper nicht fortlassen. Die kann man rüber. Uh, der ist ja schon hier oben. Scheisse! Nein! Ja, ich meinte, er sei genau da unten. Wo ist der zweite? Da sind die Männer! Von der Seite! Mach ihn fertig! Oh, ge Sascha! Oh, die Warmthwell hatte ich auch gerade die aggressione! Oh, hier! Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich weiss, wo du bist. Wer war das? Ich bin getroffen! Es ist einfach immer noch nicht so das Wäre für mich. Jetzt kommt noch ein Wolf. Ich sollte mich heilen. Ich habe nichts zum heilen. Scheisse! 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 Tut zu! Nein, tut zu! Scheisse! Ich habe schon voll schwenken. Ich habe schon voll schwenken. Wo ist der Wolf? Er kommt, er kommt! Hey, bin ich wieder im Seich? Ich muss gleich speichern. Wo ist mein Bike? Nein, aber jetzt möchte ich zuerst noch ausräumen. Hier oben. Sind wir jetzt die Zeug plötzlich gekommen? Die Wölfe. Mir hat jetzt gerade gar nicht gepasst. Bänkel, ja. Da habe ich voll, Munition habe ich voll. Da habe ich vorhin hier oben gesäckelt und hatte noch mega viele Zeug gehabt. Ich weiß nicht mehr, was das alles ist. Bänkel habe ich. Vorher habe ich mit euch ja noch Schrott gesehen und Sachen, die ich hier oben gesäckelt habe, in Panik hinten. Vielleicht gibt es hier oben noch etwas. Also, ich will zum Töff. Den Lappen hätte es mir noch gegeben. Hier habe ich ausgeräumt. So, ich will zum Töff und wieder zurück zur Tackerrote. Ich habe fast keinen Most mehr. Ja, ich muss da gleich rein schauen, ob die Most rumliegt. Die Most müssen wir suchen. Die Most ist das nächste Ziel. Mal wozu? Mal wozu? Sabotage. Das müssen wir doch sabotieren. Weil es gibt so eine solche Punkte. Wo wir das schon machen können. Drei Schrott hätte es mir gegeben. Schau. Aber ich will die Most. Most möchte ich. Dann sabotieren wir doch alle zusammen. Aber Most möchte ich. Das ist mir wieder am Ausgehen. So. Jetzt haben wir die sabotiert. Jetzt müssen wir Most finden. Hier. Das wird doch da. Als Notstromaggregat habe ich gesehen. Da irgendwo. Dort wird es doch auch Most geben. Da. Entschuldigung. Dann geht es nochmal fort. Das muss es. Das Most hat, hat es oben Most. Das Most hat, hat es da oben. Sprit zu. Wir gehen hier unten durch. Wir gehen schön systematisch vor. Die haben hier vor der Kanne. Nehmen wir die direkt. Vor der Zapfsäule. Hier. 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 kommt es wieder zurück. Mit dem Most, den ich jetzt habe. hier. 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 Ich bin in der Mitte hineingefahren. Ja, gelb. Ich muss schauen, ob ich schnell reisen kann. Wenn ich eine Most habe, kann ich mir. Schön moschbar fahren muss ich. Schön moschbar fahren muss ich. Deshalb geht es nur nicht zu fest Gas geben. Direkte Wäge brauchen. Wir sind jetzt gerade beim Camp. Wir sind jetzt gerade beim Camp. Wir sind jetzt gerade beim Camp. Ich muss schauen, ob es mir gerade so scheissig reicht. Wie das letzte Mal. So, der Most ist mir rausgegangen. Wir sind schön vorne liegen. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Diese Erde ist ein Geschenk für uns alle. Wir können sie nach Belieben nutzen, um für uns selbst zu sorgen und unsere Familien. Super, das ist ja peinlich, wenn ich ins Camp einfahre. Ich sage einfach, ja, da waren die Dinge rum. Das war schon immer mehr. Als uns das Benzin ausgeliefert. Wir haben uns ein Lieschen gemacht. Damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Doch ihre Lachswanderungen waren ihnen wichtiger als unsere Häuser zu heizen. Wir wollten ein paar Bäume fällen, um diese Häuser zu bauen. Doch die Nester von ein paar Tüpfel-Bugos waren wichtiger als die gesamte Holzindustrie. So, ich bin zu Fuss schneller. Ja, los, mach auf! Trista, mach auf! Oh, das war jetzt wieder peinlich. Wo ist der Mech? Hier auch ist der Mech. Ich muss zum Mech vollpacken. Weisst du was, Cobb? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah, das Problem ist nur, du musst es selbst finden. Und soweit ich weiss, gibt es hier eine Menge Wichser, die sich nehmen wollen, was rechtmässig uns gehört. Scheiss, es war eine Koche. Oh, aufzählig weiter, das ist der Mech. Dabei war es eine Koche. Das war ein Tor. Und das war ein Tor. Und das war ein Tor. In dem Zeug herum merkt es jemand. Zweimal neben der Tür gesäkelt bin ich. Hey, hier ist der Mech. Hey, hier ist der Mech. Hey, ich sehe mich noch an. So, jetzt gehen wir zu Tucker. Schauen wir, was dein Schönes hat. Hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Ach, du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Weißt du, ich hab keine Ahnung, wo du und Busa hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tag. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkay. Ich schreib dir Punkte gut. Du bist und mich nicht mehr bezahlt. Schon tot. Du weisst es nur nicht. Aha. Immer noch die Nester. Immer noch die Nester. Ich hab das zu ihm, aber der hat nicht gute Waffen. Überzeugt hier. Nein, ich will zum Bike. Ich will auf Copeland zurück. Hey, wie läuft's? Mein Torf ist da? Warum ist mein Torf da? Ich krieg das hin. Gut. So. Na los, an die Arbeit. Das kostet ja noch Töffchen. Das kostet ja noch Schrott. Das habe ich gerade gesehen. Nein, Moment. Schmeckt das. Der grössere Motor, den ich habe. Der sauft einfach mehr im Ost. Das habe ich gerade gemerkt. So. Wir wollen schnell reisen. Und zwar nachher, wenn ich kann. Jetzt gehen wir dann wieder schnell zurück. Gibt halt dieses Mal eine etwas kürzere Aufnahme. Aber das macht auch nichts. Ja, aber das musst du zuerst schon schaffen und hinbrechen. Also, mit dem Schluss durch mehr Gegner hindurch scheisst. Mach jetzt endlich das Tor auf. Der ist okay. Aufmachen. Geht's dir etwas besser? Schauen wir, ob wir den Töff noch etwas machen können. Das gibt's, Manny. Motor haben wir. Auspuff haben wir. Taschen können wir nicht. Können wir nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Optik. Können wir auch nicht. 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 Wir müssen zuerst wieder Jobs machen für die. Ich habe hier etwas gefunden. Ich glaube fehl. Ah nein, das ist Waffe, das will ich gar nicht. Gucki, da habe ich doch Fleisch von den Wölfen genommen. Da. Das ist alles, was ich für heute habe. Das Vertrauen ist hoch. Wo ist diese? Hey, warte kurz. Die ist hier. Die ist mit mir geredet. Hey, wie geht's? Cool, du warst wohl sehr fleißig. Ja, das ist alles. Sehr fleißig gewesen. Ja. Kein Job verfügbar. Ich muss natürlich zuerst dies erledigen. Diesen Job haben wir jetzt noch. Wir gehen gleich schauen, was wir haben. Fesch. Auf die Karte anzeigen. Genau diese Nester ist das nächste Problem, das ich habe. Und, habe ich noch etwas anderes? Mal schauen. Was hast du getan? Habe ich doch vorher wollen. Ah, da muss ich Kontrollpunkte machen. Flieger. Nester. Flieger. Was ist alles da? Ja, das ist alles Gedenkstein. Das wäre auch noch etwas, wenn ich das Nächstes machen könnte. Das wäre noch etwas. Oder wieder einmal nach dem Deacon schauen könnte man wieder einmal. Könnte man wieder einmal. Aber. Wir entscheiden zum nächsten Mal spontan, was wir machen. Aber. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke für den Support. Und. Tschüss. Tschüss. Hey, Zee Man. Tschüss.